Brech Saschas 90 Sekunden Liegestütz-Klimmzug-Rekord aus klein gegen groß? Saschas Rekord ist... Warte mal, damit machen wir gleich weiter. Zuerst bin ich zum Training gefahren und hab mich aufgewärmt. Dann ging's schon los. Der Körper muss beim Liegestütz parallel zum Boden sein und das Kinn beim Klimmzug über die Stange kommt. Die ersten Liegestütze gingen echt gut, aber das Tempo über 90 Minuten durchzuhalten war echt hart. Halbzeit. Ich hab nochmal alles gegeben und... Ich hab nicht mitgezählt. Ich hatte... Leider nicht geschafft. Aber wie viele hat Sascha geschafft?